So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich heute einen Energy Drink der ganz besonderen Art. Ihr wisst ja, Fußball ist eine beliebte Sportart. Ich finde Fußball total Quatsch. Wenn ich das als kleines Kind selber gespielt habe und immer Fensterscheiben eingeschossen, war das ja noch lustig. Aber Fußball im Fernsehen zu gucken, finde ich extrem langweilig. Ich gucke lieber Wrestling, also Wrestling richtig für schön zurückgebliebene Leute wie mich. Aber das ist spektakulärer meiner Meinung nach, ja. Manchmal Fußball, da passiert einfach gar nichts. Wrestling, da stirbt auch mal einer, also das ist auf jeden Fall lustig. Und deswegen haben wir heute einen Fußball Energy Drink vom FC Bayern. Da steht auch dabei, neuer Geschmack, neuer Geschmack, neuer Geschmack. Also so oft, wie die da neuer Geschmack hinschreiben müssen, frage ich mich, was ist denn noch drin? Alter Geschmack, was ist denn überhaupt neuer Geschmack? Gab es den schon mal? Habe ich noch nie gesehen. Das allererste Mal, dass ich sehe, FC Bayern Energy. Wenn es noch andere davon gab, habe ich keine Ahnung. Hier ist auch eine Delle drin, hier ist auch eine Delle drin. Ich glaube, das ist dieselbe nochmal. Wahrscheinlich haben sie mit der Dose alleine auch Fußball gespielt. Das kann natürlich sein, das kann immer mal vorkommen. Ich möchte euch hier auch nochmal zeigen, FC Bayern München, FC Bayern Energy, ne. Sieht vom Design her eigentlich auch ganz cool aus, ne. Fällt auf jeden Fall auf. Darf bei keinem übergewichtigen FC Bayern Fan im Regal fehlen. Aber, was ist das jetzt? Hat das Geschmack? Schmeckt das nach irgendwas? Schmeckt das nach alter Sohle? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir denken, dass das einfach nur ein ganz normaler Energy-Drink ist. Mit ganz normalen Energy-Geschmack, wie ihr es überall findet. Und sie versuchen einfach nur mit dem Namen Leute anzuwerben, die das kaufen. Dürfte jetzt also nicht anders schmecken als Booster. Das normale oder als normales irgendwelches billig plörrige Seff. Also Booster. Es steht auf jeden Fall auch nichts anderes hinten drauf. Nur Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Erhöhter Koffeingehalt, okay. Wir testen das mal wieder für euch, dass ihr wisst, ob ihr da was von halten könnt oder nicht. Wir machen das mal auf. Ist auf jeden Fall eine rote Dose. Hat einen roten Clip oben. So einen richtigen Fußballbauch habe ich auch schon. Und Muss ich sagen Schmeckt auf jeden Fall. Hätte ich so nicht erwartet. Hier steht auch drauf, eiskalt genießen. Der ist auch wirklich eiskalt. Ich weiß nicht, in der Küche. Da steht ein Kühlschrank, ein Gefrierschrank. Aber ich glaube, die Küche an sich ist kälter als der Gefrierschrank von innen. Und deswegen ist er auch ordentlich gekühlt. Ich hatte auch gerade mega Dose. Jetzt habe ich den probiert. Und der fühlt sich einfach gerade richtig gut an. Allgemein finde ich trotzdem nicht, dass er jetzt anders schmeckt als normale Energydrinks. Das wird also ein ganz normaler Energydrink sein am Ende des Tages. Kann man sich aber geben. Wenn ihr mal angeben wollt bei euren Nachbarn, bei den Dortmund-Felsen und sagt Prost Kameraden. Dann kauft euch mal so ein FC Bayern Energydrink. Aber ihr wisst ja genau, die einzig rote Dose, die bei mir ins Haus kommt, ist das 5.0er Dosenbier. Deshalb werden wir da zum Abschluss auch noch eine aufmachen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich gleich ein Problem habe. Denn so kalt wie die jetzt sind, waren die noch nie. Und wenn ich mir die jetzt wieder reinpfeffere, dann, keine Ahnung, breche ich gleich in die Ecke. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut. Bis zum nächsten Mal.